Jetzt habe ich gerade die Abzwingung verpasst, aber ist nicht so schlimm, weil hat man gerade einen guten Ausblick auf das Castello von Sagunt. Sieht doch gerade super aus von hier. Wird sicher schön, da kurz hoch zu gehen, aber ich muss noch nach Valencia. Ich habe jetzt nach zwei Wochen im Zelt, schlafe immer auf den Campings, ein Hostel reserviert. Endlich mal wieder eine richtige Matratze. Ist doch gut. Es ist noch etwa eine Stunde, in dem her gehe ich da jetzt nicht mehr hoch. Es gibt dann sicher noch ein anderes Castello, weiter im Süden. Ja. Ja.